Wo unser Portal ist. Scheiße, 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 unser Portal. Wo ist es? Boah, fuck the chicken. Fick die Henne. Ach du Scheiße, Mann. Das darfst du niemand mehr erzählen. It's dangerous to go alone. Das ist ein Zitat aus einem Videospiel. Aus einem weltberühmten Videospiel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das stimmt immer wieder. It's dangerous to go alone. Und ich muss mal eben kurz was gucken. Oh, E-Mail sagt... Ja, der LemayoLP hat geschrieben... Ich habe leider Schule. Ja, das tut mir sorry. Wo kommen wir jetzt her? Fuck, kommen wir da her? Wir haben uns hoffnungslos verlaufen. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü Und dann schießt er auf mich. Ich sehe es schon kommen. Wir brennen gleich. Wie Hulle. Skeleton. Da ist ein Wither Skeleton. Das müssen wir mitnehmen. Das ist wie... Wir müssen jede Mülltonne mitnehmen hier. Guck mal. Wither. 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 Komm her. Komm her. Komm. Du Bastard. Komm. 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 Komm du Bastard. Komm. Komm. Komm du Bastard. Nein. Wir werden elendig sterben. Oh nein. Oh. Skandal. Im Sperrbezirk. Meine Freunde. Oh. No. Oh. What the fucking shit. Alter. What the hell. Oh. 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 We are dying. Oh. Oh. We are verrecking. In this Hölle. No. I have to go. Weit weg. Ins Königreich. Weit, weit weg. Love is a shield. From right behind. Ach ja. Ist auch ein Cover von mir. Also ein Remix. Nur. Instrumental. Langsam kriege ich das auch ein bisschen hin, die Vocals zu mastern. Also das heißt, Gesangsaufnahmen so zu mastern, dass sie hinterher noch gut klingen. Also das ganze abmischen, das habe ich jetzt ein bisschen gelernt. Das heißt, ich kann demnächst ein bisschen was aufnehmen. Love is a shield. From right behind. Ach. Text vergessen. Oh. Was ist los hier? Ach so. Mein Handy macht sich immer selbstständig. So, ich muss mal eben die Hand drüber halten über mein Handy, weil ich habe jetzt hier die neue Blickfunktion aktiviert. Aber irgendwie schaltet sich die Blickfunktion nicht ein. Werde ich mal eben kurz machen. Wartet mal. Ich will ja Strom sparen an meinem Handy. Äh, Berührung, Blick, Blick bei immer an. So. Und immer an. So ist die Blickfunktion immer an. No smiles, my mind starts spinning round. Ach ja. Und wir werden gleich wieder verrecken. Ha. So. Oh Gott. Wo sind wir? Wisst ihr was? Wir versuchen einfach Richtung Null zurück zu gehen. Und zwar da lang. So, waren wir hier schon. Hier waren wir. Guck. Wir finden also den Weg wieder. So einigermaßen. Ich glaube, hier müssen wir wieder runter. Ja, ab hier weiß ich auch nicht weiter. Aber dann gehen wir nämlich schon mal langsam zurück. So. Cool. Ah, Quarzblock. Schön. Haben wir das auch. Gut. Ich will mal gucken. Wo geht es denn lang? Hier. Loch. Oh. Oh Gott. Ach nee. Wir sind richtig. Wir sind absolut richtig. Korrekt. Wow. Wir brennen. Und rein ins Portal. und zurück an die Erdoberfläche. So. Wo kommen wir raus? Das ist die gute Frage. Wir kommen hier raus. Und, ähm, jetzt ist ja nun auch wieder ein bisschen realistischer eingestellt. Wir haben jetzt wieder Monster aktiviert. Das heißt, Zombies und Skelette sind auch wieder da. Ach ja, ist ja gut. So. Und gehen schlafen. So. Na, mal gucken. Was haben wir denn hier noch Schönes? Hm. Okay. Okay. Naja, ist schon in Ordnung. So. Wir machen hier mal den Dorfbrunnen. Machen wir mal zum Mittelpunkt dieses Dorfes. So. Die Marker. Ah. Okay. Aber es ist ja auch so ein Schweineskelett, ne? Also so ein richtiges Schweineskelett. So. Die Marker. Add. Dorf. Icon. Ähm, was war denn das nochmal? Icon Haus? Keine Ahnung. Icon. Default. So. Genau. Machen wir nämlich so. Ach, das ist wieder diese, ähm, diese, 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 diese Elektroband da. Ja, dürft ihr mal so ein bisschen andere Musik genießen? Hm. Ja, was gibt's noch Spannendes zu erzählen? Nix. Mein Leben ist zu Ende. Gibt nichts Spannendes mehr zu erzählen? Nein, natürlich nicht, ähm. Ja, wie gesagt, Arkham City hab ich jetzt. Dann hab ich mir, ähm, auf X, äh, im Xbox Game Store hab ich mir, ähm, Brothers geholt. Und das wird noch ein schönes, kleines Let's Play, was da laufen wird, ähm, was da noch kommen wird, ist, ähm, ich glaube, Ducktales wird noch kommen. Ducktales HD. Und eventuell, ähm, ich hab's noch nie gesehen, also ich hab, ich hab's noch nie gesehen, also ich hab, ich kenn das Spiel, aber ich hab's halt noch nie gespielt. Oh, die sind lecker. Oh, die sind so ein bisschen wie Mikado, sind von De Beukela und die sind ein bisschen gedreht. Die sind richtig, richtig lecker. Mikado kennt er, ne? Sind diese, diese, diese... Was sind denn das für Stäbchen? Was ist das für ein Teig? Keine Ahnung. Sind so ein leckerer Keksteig und das sind so längliche Stäbchen mit Schokolade überzogen. Sehr lecker. So, und wir gehen kurz hier rein. Nico war hier, ja. Der Nico. Dem haben wir auch lange nicht mehr gezockt. Aber er hat halt auch viel um den Ohren. Ach, wisst ihr was? Kann ich ja mal mein Schwert entschaden? Sieben. Ja, mehr gibt dieser Enchantment-Table nicht her. Wir müssen noch mal ne richtige Bibliothek machen. Oder? Wie viele Bücher haben wir denn eigentlich? Wir haben irgendwo Bücher gelagert. Aber nicht hier. Wollen wir noch irgendwas aus dem Nether mitnehmen? Nein. Quarz tun wir rein. Können wir später was draus machen. Ähm, das packen wir auch mal hier rein. Gut, wir nehmen aber den Glowstone mal mit. Und dann gehen wir mal zum anderen Dorf. Also, gehen wir zu unserem Haus, besser gesagt. So. Und futtern erstmal eben was. Und dann geht's zu Wasser, zu Land. Und diesmal nicht in der Luft. Zu unserem Haus. Zu unserem Landhaus. Unserer Villa. Warte mal, wir können ja hier mal gucken. Haben wir hier noch was? Nein, haben wir nicht. Es wird irgendwann an jedem Ort ne Endertruhe geben. Und da werden wir mal gucken. Oh, O2 bietet jetzt auch LTE an. Wusste ich gar nicht. Hey, willst du noch ein paar Freunde? Auch aus Lucia, cool. So, euch mal ein bisschen befreien. Ach, das ist doch schön. Guck, haben wir hier einmal bunte Schafe. Ich will ja mal was machen. Ich will ja mal was gucken. Ich bin ja manchmal ein Schweinehund, ne? Und zack, 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 und zack. Oh Gott. Und was ist jetzt passiert? Oh, oh Gott. Ups. Jetzt haben wir hier erstmal auf jeden Fall ganz viel bunte Wolle. Äh, ich glaube, die lassen wir auch liegen. Werden wir mal eben gucken. Werden das mal einen Flugmodus ausmachen. So. Ja, das passiert also, wenn man ganz viele Schafe spawnt. Naja. Bisschen Blödsinn hab ich ja immer im Kopf. Können nix mehr mitnehmen an Wolle. Naja, egal. Gehen wir erstmal zu mir nach Hause. Setzlinge können wir auch nicht mitnehmen. Dann nehmen wir hier doch Setzlinge mit statt. Irgendwas anderem. Graue Wolle. Erde schmeißen wir mal weg. Wir nehmen nur eine Farbe, nehmen wir noch mit. Grau. Okay. So, dann gehen wir erstmal weiter. So, das Lied ist aus Donkey Kong Country 2. Es heißt Lockjaw's Locker. Ist auch wieder eine Version von OC Remix. aus dem offiziellen Remix-Album von Donkey Kong Country 2. Findet ihr unter dkc2.ocremix.org Ist hammergeil. Schade, dass viele von euch die ganzen alten Spiele gar nicht mehr kennen. Mein mittlerer Bruder Chris, der hat sich erstmal riesigst gefreut, dass es von Secret of Mana eventuell eine Fortsetzung geben wird. Also geplant ist es. Offiziell angekündigt noch nicht. Ähm, von Legend of Zelda A Link to the Past gibt es auch einen zweiten Teil. Demnächst heißt, ähm, A Link Between Worlds. Find ich cool. Ist ja dann, ähm, A Link to the Past 2 so gesehen. Da sind wir. Da sind auch einmal Disko-Scharfe. Sie sind die Disko-Scharfe. Naja, packen wir einfach mal rein. Wir wollen ja mal nicht so sein, ne? Dü-dü-dü-dü-dü-dü. So, und jetzt schalten wir auch den Flugmodus wieder ein. Ich bin am überlegen, wie ich das jetzt hier mache. Warten mal. Eventuell brauchen wir